Bei Werder Bremen steht im Sommer wohl ein krasser Umbruch im Sturmzentrum an, denn es gibt ja einige Gerüchte, vor allem um Niklas Füllkrug, aber nun halt eben auch um Marvin Dux, der gerade derzeit extrem aufblüht, während Füllkrug eben verletzt ist. Und so gilt es eben die beiden wahrscheinlich zu ersetzen, denn ein Verkauf ist bei beiden durchaus realistisch und auch wahrscheinlich. Aber ich will jetzt gar nicht näher auf mögliche Ziele der beiden Top-Stürmer von Bremen eingehen, sondern viel eher darüber berichten, mit wem sie die jetzt ersetzen möchten, denn es ist auch eigentlich schon relativ klar. Man hat ja eben schon Maximilian Philipp im Kader, den man im Winter von Wolfsburg ausleihen konnte. Gerade jetzt, wo Füllkrug verletzt ist, blüht er schon so ein bisschen auf neben Dux im Sturmzentrum in der Doppelspitze. Natürlich eher so ein bisschen hängend, aber er zeigt auf jeden Fall gute Leistungen. Und wie der Leiter Lizenzbereich Clemens Fritz nun auch der Bild erklärt hat, wollen sie natürlich erstmal die Klasse sichern, aber dann eben Gespräche mit Wolfsburg aufnehmen über einen festen Transfer von Maxi Philipp. Und das Ganze wird natürlich schon so ein bisschen schwierig, weil er natürlich recht viel verdient. Natürlich müsste man auch eine dementsprechende Ablöse an ihn zahlen, an Wolfsburg. Aber ich denke, man könnte sich da auf jeden Fall einigen. Vor allem, wenn man eben Füllkrug und Dux verkauft, dann hat man da auf jeden Fall schon so ein bisschen Geld in der Kasse, das man dann eben wieder reinvestieren könnte. Vor allem in Anbetracht dessen, dass das zweite Transferziel im Sturmzentrum ablösefrei zu holen ist. Also da müsste man keine Ablöse bezahlen. Und zwar handelt es sich dabei eben um David Kovnatsky, der bei der Fortuna aus Düsseldorf in der zweiten Bundesliga derzeit mit zwölf Toren und neun Vorlagern eine extrem starke Saison spielt und dementsprechend sich eben für einen Wechsel in das Oberhaus empfiehlt. Wie die Rheinische Post eben kürzlich schon berichtet hat, habe sich der ablösefreie Pole für Werder Bremen entschieden, dass er da eben ablösefrei hinwechseln möchte, um dann halt eben Niklas Füllkrug und oder Marvin Dux zu ersetzen. Wie bewerte ich die Transfers jetzt in ihrer Gesamtheit? Also wenn man sich die Doppelspitze davor und danach betrachtet, dann ist es natürlich ein Qualitätsverlust, wenn man beide Stammspieler mit Dux und Füllkrug abgeben sollte. Aber mit Kovnatsky und Philipp kann man sie rein spielerisch und taktisch echt gut ersetzen. Philipp ist natürlich schon eher so eine hängende Spitze. Seine Stärken liegen vor allem im Spielerischen und da kann er echt gute Vorlagen liefern. Kovnatsky hingegen kann sowohl der Vollstrecker sein, hat aber eben auch seine spielerischen Qualitäten, wie eben seine neuen Vorlagen in der zweiten Liga zeigen. Also rein an für sich vom Spielstil her betrachtet wäre eben Philipp der Ersatz für Dux, während Kovnatsky eher der Ersatz für Füllkrug wäre. Eben Dux spielstärker wie Philipp und Kovnatsky wäre der Vollstrecker wie Füllkrug. Aber sie sind da eben auch variabel, genauso wie Füllkrug und Dux. So kann eben Philipp, wie in letzter Zeit, eben auch die Tore selbst machen und Kovnatsky hingegen auch der Vorlagengeber sein. Also das wäre meiner Meinung nach auf jeden Fall ein Duo, das gut zusammen harmonieren und funktionieren könnte, wohingegen sie eben auch eine günstige Alternative darstellen würden, um den aktuellen Doppelsturm zu ersetzen. Also da könnte Bremen eben auch ein gutes Plus machen, was sie eben finanziell auf jeden Fall auch besser dastehen lassen würde. Und mit Kovnatsky, der 26 ist, im Gegensatz zu Füllkrug, der 30 ist, hätte man dann da auch von der Altersstruktur her eine Verjüngung eingeleitet. Klar nicht ganz jung, aber Kovnatsky hat auf jeden Fall noch ein paar gute Jahre vor sich, während Philipp mit 29 eben genauso alt wie Dux ist. Aber der hat auf jeden Fall auch noch das ein oder andere Jahr in sich, auf jeden Fall. Das also soweit zum Doppelsturm der Bremer, wie sie eben nächste Saison auflaufen könnten, wenn Dux und Füllkrug sie verlassen sollten. Lasst mich dazu auf jeden Fall mal gerne eure Meinung in den Kommentaren wissen. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir sehr gerne ein Like und ein Abo da. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao! 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 Ciao!